Moin Leute! Lange wurde es von euch gefordert und jetzt zockt bitte so endlich mal wieder eine kleine Runde von Fortnite. Die letzte ist ja schon circa zwei, drei Monate her und überraschenderweise hat sich mein Skill nicht sonderlich verbessert. Deswegen, meine Damen und Herren, ich bin wirklich noch ein absoluter Anfänger in dem Game und brauche Tipps. Die könnt ihr super gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr Bock habt auf mehr, lasst auf jeden Fall eine kleine Bewertung da, damit ich weiß, ob ich vielleicht... Denn ich habe mit Manuel geredet und habe ihn gefragt, hast du nicht mal Bock, hier irgendwie so ein kleines Team zu bilden? Zwei Runde, dies, das. Und er hatte Lust. Und ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Da ist ein Glockenturm. Der sieht doch sympathisch aus. So, guten Tag. Ich lande hier einfach mal. Bau mich hier einfach runter. So, guten Tag. Zack. Hier ist eine Truhe. Dankeschön. So, war da jemand? Oh, ein Schildtrank. Warte mal, den muss ich auf jeden Fall nehmen. So viel weiß ich schon, weil das ist ganz geil. Werde ich jetzt hier direkt gleich weggesnipet? Hoffentlich nicht. Ich gehe einfach mal weiter runter. Ich hoffe, das ist nicht mein Tod, weil der Glockenturm... Okay, sieht ganz gut. Oh, da ist noch eine Truhe. Bitte. Meins. Oh, warte. Oh Gott. Ich sollte sie vielleicht nicht kaputt schlagen. Zack. Ja, okay. Das sieht alles so semi-gut aus. Dann gehe ich jetzt noch mal ein Stückchen runter. Und dann bin ich schon wieder auf dem Boden der Tatsachen angelangt. Mit einer Waffe, die ist grün. Warte mal. Hier ist ja noch ein Boden. Was ist hier unten? Ist das eine Falle? Hä? Es geht... Oh, oh. Hilfe. Wieso schwebt ihr in der Luft? Ich höre es doch jetzt hier schon direkt ballern. Hallo? Und weg! Okay, alles gut. Ich gehe hier nach unten. Okay, ein bisschen tief gefallen. Alles kein Problem. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob hier schon jemand drin war. Aber ich gehe einfach mal rein. Oh, sieht gut aus! Oh, da ist noch eine Kiste. Da ist jetzt der dicke Fetteloo drin. Ja, nochmal so ein Schildtrank. Also... Oh, oh Gott. Was habe ich jetzt? Ich habe meine Superwaffe weggeworfen. Ich möchte die gerne tauschen. So. Dann nehme ich nochmal so ein Schildtrank. Was hoffentlich richtig ist. Falls nicht... Entschuldige ich mich schon mal. Ob ich den vielleicht... Nee, aber es ist ja klar, dass ich den direkt wegschlurpen muss. Ich höre es hier auch... Oh. Oh. Hallo? Ja, hier oben ist jetzt... Ist jetzt nicht so der geile Kram. Dann gehe ich mal hier rüber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade taktisch klug spiele. Zu passiv. Weil zu offensiv ist es auf jeden Fall nicht. Aber ich sehe auch einfach keinen. Vielleicht ist es auch nicht so der geeignete... Warte mal. Ich gehe einfach komplett in die Offensive. Was soll denn? Ich kann doch jetzt hier nicht drei Jahrzehnte irgendwie... Aber was, wenn mich jetzt hier jemand wegsnipet? Das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, was die richtige Taktik ist. Ob smart ist, jetzt hier durch die Städte zu wandern. Oder sich zu sagen... So, ganz ehrlich. Ich gehe nach Hause. Ich gehe einfach in eine neue City. Um mir dort ein wesentlich besseres Leben aufzubauen. War, dass du da wegkommst. Okay, warte mal. Ich habe ihn, glaube ich, ganz... Ich habe ihn ein bisschen gehittet. Müssen wir jetzt mal gucken, was wir machen. Er hat sich da eingebaut. Okay. Er will den dicken Loot. Er sieht da auch die geilen Items. Weil er sich die wahrscheinlich auch... Da hat er wahrscheinlich zwei Leute weggerackt. Oh, da vorne rechts. Ich sollte mich verpieseln. Und selber versuchen, da ranzukommen. Ich gehe die gleiche Route wie der eine Dude. Der ist nämlich da vorne rechts rumgegangen. Oh, ich habe jemanden! Keine Ahnung wie, aber der ist down. Und ich habe einen Sniper mit einem Schuss. Was soll ich denn damit? Junge hat er mir gegeben. Ich muss mich verbinden. Kondition ist bereits 75 plus. Der hat mir ja mein komplettes Schild weggeballert. Der Moloch. Der hat da irgendwas... Gib mir! Bats! Junge, einen fetten Raketenwerfer. Und ich habe meine eine Waffe... Oh, nee. Das ist ein Granatwerfer. Dafür habe ich aber meine andere Fette-Waffe weggegeben. Was mache ich denn jetzt? Was davon ist... Ah, die... Nee, ich bin echt kein Pumpgun-Experte. Ich kann damit nicht umgehen. Ich brauche wieder die hier. Und... Oh Gott, ich werde... Äh... Epischer Granatwerfer. Schütze mich! Bitte. Ich habe den noch nie gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob der sofort explodet. Ich nehme erst mal die. Vielleicht soll... Ich... Ich... Ich gehe einfach. Weißt du, macht doch euren ganzen Kram alleine. Mir ist das scheißegal, was ihr da vorne macht. Weißt du, ich habe hier einen fetten Granatwerfer. Schön episch. Der macht ordentlich Damage. Und ich gehe einfach einen schönen... Mach mir einen schönen Tag. Ich bin sogar eigentlich gut hier into the middle. Fällt mir gerade mal auf. Vielleicht... Oh, ich habe eine gute Idee. Gucke ich mir das Ganze mal so ein bisschen... Oh oh. Hier ist jemand hochgegangen. Das sieht gar nicht gut aus. Ich gehe auch mal immer mal hier hoch. Vielleicht überrascht ich ja jemanden. Vielleicht finde ich hier neue Freunde. Hallo? Ist hier jemand? Sir? Oh, da gab es eine felle Explosion. Da oben ist jemand auf dem Dach. Das schreit nach dem Raketenwerfer. Und los. Das hat ja gar nicht gut funktioniert. Hä? Wieso gab es denn da oben eine Explosion? Was ist denn da passiert? Das war mal ein sehr komischer Unfall. Vielleicht soll ich dann doch die Schnieper benutzen. Da oben ist einer. Wo ist der hin? Da sehe ich seinen Kopf. Warte, der geht da jetzt längs? Der baut sich da jetzt ein. Das wäre meine Chance gewesen. Ich muss mal wieder zurück. Um hier zu gucken. Hier sieht alles safe aus. Weil es bringt mir nichts, wenn ich den jetzt gleich... Scheiße! Ich dachte, ich würde ihn erwischen. Wie fliegt denn das Ding? Ne, damit kriege ich ja... Treffe ich ja nix. Vielleicht hier mit? Ja, 62? Ah! Oh, oh! Der ist zumindest runtergefallen. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Weil der wird doch jetzt ordentlich abgeballert da unten. Der ist... Ist der down? Hier! Hier liegen Items. Hier liegt auch noch Kram. Was ist... Ein Busch. Was ist denn... Was soll ich denn mit einem Busch? Was ist das denn für ein Item? Okay, ich habe hier noch meine... Ratterratter. Oh, das, was episch ist. Da bewegt sich jemand. Ich habe jemanden gesehen. Ich gehe kurz mal hier vorbei. Ich habe da auf jeden Fall jemanden gesehen. Ich benutze mal die Sniper, um zu gucken. Da hat sich... Da, 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 da! Ich habe ihn doch... Ja, ich habe doch nicht geschielt. Ausnahmsweise. Gibt es hier ein bisschen Munition? Ne. Ich komme hier an den einen Dude ran. Das wird bestimmt mein Ende sein. Aber egal, wir haben einen Kill. Das ist mehr, als ich jemals wollte. Und verdiene. Hallo? Da vorne hat er sich, glaube ich, hochgebaut. Hier vorne rechts. Kann er sein? Ich bin gerade ein bisschen nervös. Da hat er so eine kleine Treppe. Okay, ich sehe ihn auf jeden Fall nicht mehr. Vielleicht macht er jetzt Urlaub. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, er hat es gerade gerabbelt bei mir. Hier, wo soll ich denn jetzt längs? Hier, was ist das? Nehme ich mit. Zack. Ich glaube, ich habe ein kleiner Schildtrank. Oder? Ein Lötter? Gönne ich mir. Vielleicht nicht unbedingt smart, das hier zu... Nein! Dafür habe ich meine Waffe gerade... Oh Gott! Scheiße, ich muss zu meiner Waffe. Das wäre der dümmste. Ich bin so ein... Okay. Wo ist der? Wo ist der hin? Hier war doch gerade jemand. Was ist denn nur hier los? Der hat sich da bestimmt richtig schön equipped. Und randert mir jetzt hier gleich einen von Latz. Komm schon. Wo ist der hin? Der war doch hier gerade noch. Hier wurde einer mit Schrot vollgepumpt. Das kann doch nicht wahr sein. Also wie gesagt, bitte... Was ich jetzt hier für ein Kram zusammengespielt habe. Ein paar Tipps und Tricks. Was ich hätte besser machen können. Was vielleicht auch mal, um mich aufzubauen. Was vielleicht gar... Wow! Hat er mich gesehen? Ich weiß es nicht. Aber wenn, läuft er rechts rum. Mal gucken. Hä? Wo ist der hin? Junge, er ist ein freaking Ninja. Hä? Hätte ich da vielleicht jetzt schon attackieren sollen? Der kann sich doch nicht in Luft auflösen. Ich gehe jetzt hier links. Oh. Kann er vielleicht doch... Jetzt hat sich jemand hochgebaut. Ziemlich weit nach oben. Also ich weiß auch nicht, ob das immer neu ist. Okay. Viel. Das ist... Das ist super dumm. Hier schnell wieder runter. Die hat ja null Präzision. Die kann ich ja nur im Nahkampf benutzen. Das war echt schlecht. Das... Also das weiß ich ja selber. Oh. Nein. Lass mich in Ruhe. Okay. Alles gut. Erstmal hier. Hier kann ich vielleicht uns beide dann wegbomben. Wenn er kommt, Alter, dann kriegt er einfach hier 27 Raketen. Kommt er? Ich weiß es nicht. Mann, ey. Hätte ich da mehr Munition von einer Waffe gehabt? Das wäre so nice gewesen. Ich gehe da jetzt einfach nochmal ran. Vielleicht ist er jetzt ein bisschen offensiver. Ah, nee. Er verbaut sich da. Okay. Das macht absolut keinen Sinn, daran zu gehen. Weil ich habe auch absolut keine Ahnung. Ah, nee. Hier vorne. Da ist aber keine Muni. Da sind nur die Waffen. Und er kann mich von da aus bestimmt auch sehen. Oh, ein Sneaper. Ist da Munition drin? Ja, da ist Munition. Lauf. Ja. Okay. Oh, er schießt. Aber ist kein Problem. Ich habe jetzt selber eine Sneaper. Ich werde jetzt selber mal gucken. Du da in deinem komischen Turm. Ich gehe da mal außen rum. Aber ich habe jetzt keine richtige Nachkampfwaffe mehr. Das ist vielleicht noch... Oh, nee, ey. Wenn hier jetzt jemand kommt im Nahkampf, dann ist es ein bisschen suboptimal. Aber das Risiko muss man einfach mal eingehen. Da, da wohnt er jetzt. In seinem neuen Domizil. Mal gucken. Sir. Oh. Da habe ich ihn doch gerade gesehen. Ich habe keine Ahnung, ob ich so ein bisschen hoch zielen muss. Da guckt er manchmal raus. Sir. Guck bitte nochmal. Wie soll man denn... Das ist ja ein Hasel. Okay. Wisst ihr was? Ist egal. Komm, ich will jetzt Action. Ich will jetzt... Entweder ist es mein Ende. Oder ein bisschen Halligalli. Ich baller ihm jetzt vielleicht einfach ein bisschen was umladen. So. Zack. Ein bisschen höher. Vielleicht treffe ich da komplett rein. Noch mal ein bisschen höher. Ah, das war gar nicht so... War knapp. Mit der Sniper ist es halt echt dumm. Aber vielleicht ist er jetzt selber noch unten gegangen. Oder... Ey, wohnt der immer noch da drin? Sir? Bist du der Mann im Mond? Ne, der ist doch bestimmt rausgesprungen. Ne, der wohnt da nicht mehr. Oh. Mist, ey. Ich weiß nicht, wie die... Wie genau die sind. Ja, ja. Guten Tag. Jawohl. Das war auf jeden Fall schon mal ein guter Treffer. Das war, glaube ich, ein Header. Aber ich muss ihn jetzt irgendwie weiter unter Druck setzen. Aber womit? Gucken. Ah, explodiert auch. Ah, Mist. Oh, ich werde auf jeden Fall beschossen. Da, da kommt... Hä? Hä? Okay, hiermit habe ich ein bisschen was. Ja, ich habe ihn! Jawohl! Was schallgedämpftes. Ja, Astran. Warte mal, die? Das Sturmgewehr? Ja, 30 Schuss. Oh, oh, ich muss hier weg. Wo muss ich hin? Warte mal. Ach so, ah. Okay, oben rechts hätte ich vielleicht mal gucken sollen. Ich muss auf jeden Fall hier längs. Ich bekomme jetzt gerade ein paar Probleme mit der Wall. Ich kann hier aber... Ach so, warte mal. Ich kann hier vielleicht auch selber mal bauen. Oh, was bauen wir jetzt? Eine Treppe. Ja, sehr gut. Perfekt. Bin Profi. Man merkt es. Okay, was... Okay, hier muss ich rein. Oh, hier ist eine Party. Oh, was ist das denn? Sprungfläche. Okay, kann ich jetzt nicht so viel mit anfangen? Hier wird doch schon wieder... Wow, da vorne ist... Oh Gott, ballert der auf mich? Da ist jemand in seinem Tower. Wenn er hochguckt... Ah. Viel zu langsam. Ne, der baut da irgendwas. Vielleicht sollte ich da auf den hohen Punkt... Oh, ne. Warte mal. Oh Gott, was ist da denn für ein freaking Tower? Vielleicht kriege ich den aber auch so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Nein. Man, da ist er, glaube ich, von seinem Tower. Ich bin vierter. Ja. Okay, meine Damen und Herren. Das war's mit einer kleinen Runde von Fortnite. Wie gesagt, Tipps, Tricks und Lastenbewertung. Da, wenn ihr Bock habt, auf mehr. Ich finde es nicht schlecht. Ich weiß, ich habe jetzt nicht so großartig gespielt. Ich habe nicht jetzt so ein Knowledge wie die mit ihren Türmen. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Leute, habt noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss. 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 Vielen Dank.